Guten Tag. Ja, wer ist denn da? Mein Name ist Thema und ich kontaktiere Sie von ShopOnline, weil mit dem Namen Harald Krul ist bei uns eine Frage gestellt für das Produkt Alkotox. Ja, das ist einfach so. Ich muss runter von dem Zeug, Alter. Das ist einfach so. Bitte? Ich sage, ich muss mit vollem Alkohol runter. Ja. Ja. Deswegen habe ich... Ja. Schick her. Deswegen habe ich Sie angerufen. So, damit ich Ihnen besser beraten kann, ich würde gerne ein paar Fragen erstellen. Ja. Darf ich? Ja, natürlich, Alter, wenn da was zugehört. Okay, danke, sehr nett. So, äh, den Produkt möchten Sie für sich selber haben, richtig? Ja, natürlich. Ich will das so nicht meiner Katze geben, Alter. Okay. Und, äh, können Sie mir bitte sagen, Wie lange haben Sie schon das Verlangen nach Alkohol? Immer. Und wie alt sind Sie, ich trinke, ich trinke von früh bis morgens, das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Okay. Und wie alt sind Sie bitte? Ich bin 57. Ich bin Kapitän zur See. Ich habe die Patente A, B, C und die 6. Ich halte jetzt gerade vier Finger hoch. Das ist einfach so. Ich fahre die großen Patte. Ich fahre die Mary Queen. Dass du das verstanden hast. Okay, Herr Krull. Entschuldigung. Herr Krull. Also, wie oft gebrauchen Sie Alkohol jeden Tag? Äh, das ist einfach so. Okay. Und welche Getränke? Wovor ziehen Sie starke oder mit geringen? Spanische Sangria. Mit einer spanischen Zorero-Tensorin. Okay. Und haben Sie auch so Gesundheitsproblemen? Ja, ich habe Hausverbot beim Pennymarkt. Weil die Frauen von der Straße, die sind mir heilig, Alter. Und der Chancelass, der hat die Ingrid angepackt, Alter. Und dann habe ich ihm einfach auf die Kartoffeln gepfeffert. Hast du das verstanden? Ich habe es nicht verstanden, bitte. Ja, du hast genauso viel Intuos wie ich, ne? Hast du auch noch Restblut im Alkohol? Bitte? Alkohol! Ja. Ja, das ist einfach so. Okay. Habe ich verstanden. Glaube ich dir nicht. Also, Herr Krull. Ich meinte, ob Sie Gesundheitsprobleme haben. Ja, natürlich. Alter, ich habe Hausverbot beim Penny. Okay. Also, Herr, erstmal vielen Dank für Ihre ehrlichen Antworten. Und wie Sie auch gelesen haben, dieses Produkt Alkotox ist zu 100% pflanzlich. Hilft das dann überhaupt? Auf jeden Fall hilft das. Also, wie gesagt, das ist total pflanzlich, ohne Nebenwirkungen, gar keine. Das hilft nur weiter. Einfach, Sie sollen das regelmäßig benutzen und nicht unterbrechen. Das ist sehr wichtig. Okay? Was soll ich nicht unterbrechen? Also, äh, ich meinte, Sie sollen es nicht unterbrechen, ganz regelmäßig nehmen und werden Sie es schaffen, auf jeden Fall. Alles gut. Ja. Also, Herr, warten Sie kurz, bitte. Gibt das bei euch? Ich brauche Zündkerzen, Alter. Kannst du auch ein paar Zündkerzen mitschicken? Kleinen Moment, bitte. Ja. An der Nordseeküste, am Platt-Deutschen-Strand, stehen die Sangria-Pollen, bei Penny am Straßenrand. Hallo. Ja, bin ich hier. Also, Herr Krul, Entschuldigung, dass ich Ihnen warten lassen habe. Ja, wie schmeckt die Medizin denn? Es hat gar keinen Geschmack her. Ja, das ist schlecht. Also. Gibt es das auch mit schokoladenem Geschmack? Wir haben keine Produkte mit Geschmack her. Es ist ohne Geschmack und das ist ein sehr effektives Mittel, das von unseren Kunden wiederholt bestätigt wurde. Was ist das? Fiktiv? Ich brauche aber, was das mir hilft, Alter. Ich halte das nicht mehr aus. Ja, das habe ich auch gesagt. Also, Herr, das ist ein sehr effektives Mittel. Eine spezielle Kombination von Pflanzenextrakten, Propolis und Alpha-Liposäure, die vom wissenschaftlichen Labor der modernen Biotechnologie entwickelt wurde. So ermöglichte uns, eine einzigartige Alkotox-Formel zu entwickeln und ein Medikament zu erhalten, das kein Analog in seiner Wirksamkeit bei der Bekämpfung der Alkoholabhängigkeit und ihrer Folgen aufweist. Ja, das ist einfach so. Ja. Also, die Zusammensetzung ist so ausgewählt, dass ihre Bestandteile sich gegenseitig unterstützen und die Wirkung mehrfach verstärken, welche gezielt ist, auf das Verlangen nach Alkohol zu beseitigen und Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen. Wer ist vergiftet worden? Alles klar. Bitte? Ich habe gefragt, wer vergiftet worden ist, weil die Jungs von der Straße, die sind mir heilig. Ich bin christlicher Seefahrer. Ja? Ja, das ist einfach so. Okay. Ja, wann kommt das zurück? Ja, Herr, das kommt in fünf bis sieben Tage Maximum bei Ihnen. Äh, ist das so? Das gibt es ja nicht, dass das zu lange dauert. Möchten Sie das früher haben? Ja, natürlich. Sind die Rosinenschnecken immer noch so empfehlenswert? Okay, alles klar. Also, Herr, wie gesagt, basierend auf Ihrer Angabe, dass Sie sind, Sie haben gesagt, Sie sind 57 Jahre alt. Ja, immer noch. Ja? Das ist einfach so. Ja, und Sie trinken jeden Tag, ne? Ja, immer, immer. Jeden Tag. Jeden Tag. Ja, und Sie haben auch gesundheitliche, äh, Probleme dazu gehabt? Ja, ich habe Hausverbot beim Penny gekriegt, Alter. Ja, deswegen, Herr, ist es wichtig, dieses Produkt für einen Zeitraum von eineinhalb bis zu zwei Monaten zu verwenden, ohne den Programm zu unterbrechen, Herr. Ja, das ist auch wichtig, damit Sie nicht nur die gewünschten Wirkungen 100% sehen können, sondern auch den Effekt für sehr lange Zeit beibehalten werden oder speichern, damit Sie nicht wieder mit dem Alkohol anfangen in der Zukunft. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, aber ich, ich brauche einfach, ich habe die Patente A, B, C und D6. Verstehst du das? Ja, alles klar. Also, Herr, wie gesagt, basierend auf Ihrer Angabe, der Hersteller empfiehlt für Sie ein intensives Programm, das würde ideal für Sie passen. Es ist mit sechs Paketen, Sie bezahlen vier, zwei Geschenke, im Total ist das 196 Euro. Was für Geschenke denn? Zündkerzen oder Rosinen schnitten? Herr, ich meinte, Sie bekommen sechs Pakete, Sie bezahlen vier, zwei sind geschenkt dazu. Oh! Ich bezahle sechs. Ja, dafür darfst du mich auch in die Kapitätskarte zu begleiten. Also, das ist einfach so. Die sind für zwei Monate Dank, Herr. Das reicht ja für einmal nach New York und zurück. Und auch vom Rückweg, da trinken wir beide Sangria. Also, Herr, ich meinte über den Programm. Ja, ich ja auch. Ja. Also, dieses Programm ist für zwei Monate lang, ist die beste für Sie. Sauber. Sie bezahlen sechs Pakete, Sie bezahlen vier, zwei Geschenke dazu. Zwei Geschenke? Was denn für Geschenke? Also, Herr, Sie bekommen sechs Pakete, es ist für 196 Euro volle Programm ist das. Das volle Programm? Und das werden Sie jetzt schaffen. Ist das die, also die komplette Pennymark-Doku auf DVD? Da habe ich mir schon immer gewünscht. Das wird, das ist für Sie die beste, mit wem können Sie das gegen die Alkoholabhängigkeit bekommen und Ihre gesundheitlichen Probleme auch zu normalisieren. Das ist doch klasse. Okay, deswegen, Herr. Also, ist das in Ordnung? Ja, natürlich. Haben Sie das jetzt verstanden? Ich habe alles verstanden. In jeder Zeit. Okay. Also, Herr. Sie werden das so schnell wie möglich bekommen? Okay? Ja, ich bitte darum. Zap, 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 also, das muss ich ja hier, mich darüber, da heißt es wieder ab ins Büro, Alter, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also, Herr, dann, Sie bekommen den Produkt, so in ungefähr drei Tagen. Ich brauche die Adresse, wo soll ich das schicken? Erstmal den Postleitzahl, bitte. Ja, klar, das ist 203, 59. Ja? Ja? In Hamburg. In Hamburg, Alter, woher weißt du das? Hast du die Doku auch gesehen? Du kennst mich, ich bin berühmt. Alter, ich unterschreibe auf deiner Sangria-Flasche. Alter, Alter, äh, ist einfach so. Also, die Straßenname, bitte. Reeperbahn 108 bis 114. Reeperbahn 108, 114. Ja, da ist der Penny hier, Alter. Da sitze ich dann draußen, Alter, weil rein, da darf ich ja nicht mehr. Okay, also, auf dem Briefkasten, welcher Name steht, bitte? Pennymarkt. Ah, ich werde da warten, Alter, wann kommt der denn? Am Samstag? Also, Herr Krull, auf dem Briefkasten, welcher Name steht, bitte? Ja, Pennymarkt, Alter, ich bin OFW, ich habe keinen Briefkasten. Okay, das ist eine Pennymarkt. Ja, Mann, das ist einfach so. Okay. Und ich wäre, ich wäre Ihnen total verbunden, wenn der, wenn der Kurier dann da drin für mich noch ein paar Zühlkerzen kauft, damit ich auf den Erfolg anstoßen kann, den ihr heiliges Produkt der Seefahrerei schenkt. Also, Herr Krull, haben Sie etwas zu schreiben? Ja, ich habe, ich sage dir jetzt besser nicht, wo mein Finger gerade war, aber ich habe was zu schreiben. Okay, so, notieren Sie bitte. 4, 9. Ich schreibe das hier an die Wand, warte mal eben. 4, 9. 3, 2, 2. 3, 2, 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. 4, 9. 4, 9. 0, 2, 0. Was ist das? Das ist unsere Kundendienstnummer, wo Sie uns telefonieren können für jede Sache, für alles, was Sie brauchen, Herr. Für alles, was ich brauche. Von Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr. Nein, das ist ja doch seriös. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte, aber du verstehst das ja eh nicht, von daher ist das ja völlig egal. Was meinen Sie bitte? Ja, Meerschweinchen. Wann kommt der jetzt, Alter? Ich warte hier. Jetzt kommt nicht jetzt her, kommt in 3, 4 Tagen. Machen wir mal Expresslieferungen. Los. Dabei. Also, Herr. Jalla, jalla. Wie gesagt, ich mache eine kleine Zusammenfassung, okay? Damit ich keine Fehler mache. Ein bisschen Fehler. Seit deiner Geburt. Ist einfach so. Also, Herr Krul, Entschuldigung. Gar nichts, wenn ich entschuldige. Möchten Sie das, haben Sie eine Kreditkarte mit oder Master? Nein. UFW. Möchten Sie das mit Kreditkarte bezahlen? Ohne festen Wohnsitz, sowas habe ich nicht. Ja. Okay. So, Sie bezahlen dann bar bei dem Kurier, wenn der dort ist? Ja, klar. Für Nachname, ohne Gebühren dafür. Der Nachname ist Kroll. Kroll Harald ist der Name. Bad Sven Homburg aus Hamburg ist der Vorname. Hab ich. Herr Harald Krul habe ich. Also, ich mache eine kleine Zusammenfassung, damit ich keinen Fehler mache und wir sind fertig. So, ich habe mit Herrn Harald Krul gesprochen. Sie haben bei uns das Produkt Alcotox bestellt. Volle Programm, sechs Packungen. Die Bestellung geht unter die Adresse. Das war nochmal. Reparbahn 108 bis 114 in Hamburg. Ja, Pennymarkt. Pennymarkt, ja, mit dem Postleitzahl 20359. Ja, das ist einfach so. Richtig? Ja, klar. Also, das ist eine Pennymarkt. Auf dem Briefkasten ist das so. Ja, klar. Also, Herr, Ihre Bestellung wird so in drei, vier Tagen geliefert. Die Gesamtzahlung beträgt total 196 Euro und die Zahlung per Nachname bar bei dem Kurier oder Post, wenn Sie nicht so dort sind. Ja, das ist doch super, Alter. Du bist ein Goldstück. Okay. Also, Herr Krul, vielen Dank für Ihre Zeit. Eine gute Behandlung. Einen schönen Tag noch für Sie. Ja, danke. Alles Gute. Ich gehe jetzt erstmal ein trinken, ne? Danke. Hau rein. Tschüss. Aus jetzt. Leg endlich auf. Geht doch. Ja, hammergeil. Dann kriegt jetzt Harald Krul eine Alkoholkur zum Pennymarkt geliefert. Schön, schön, schön. Jede Bestellung bei diesen Typen kostet die Zeit und Geld mit ihren Fake-Produkten da. Ich weiß nicht, ob die dann leere Kartons oder sowas schicken. Er will es nicht herausfinden, aber auf jeden Fall ist das nicht gut für die, wenn wir da bestellen. Von daher, wer auch immer möchte, bitte führt euch genötigt. Ey, nicht genötigt. Das ist ja, nicht genötigt. Das ist ja, nicht genötigt. Das ist ja, nicht genötigt.